Musik Man ist stolz darauf, da zu stehen und freut sich auf den Applaus am Ende und aufs Tanzen und dass es einem Spaß macht. In einer Welt, in der Begegnung zur universellen Sprache wird und Leidenschaft förmlich in der Luft liegt, öffnet sich im Gemeinschaftshaus Grobiusstadt eine magische Tür zu einem einzigartigen Tanzspektakel. Bei Traumtänzer on Stage vereinen die talentierten Tänzerinnen und Tänzer aller Standorte der Tanzschule Traumtänzer auf beeindruckende Weise die gesamte Bandbreite des Sports. Man trainiert das ganze Jahr super hart auf etwas hin und es ist immer leichter, ein Ziel vor Augen zu haben und wofür sich das Training dann auch lohnt. Das motiviert viele der Schüler natürlich. So wird die Bühne zur Spielwiese der Kreativität, wenn junge Hip-Hop-Talente mit ihrem atemberaubenden Moves die Energie auf ein ganz neues Level heben. Romantisch geprägt wird die Vorstellung auch durch die Anmut des Balletts, während der Rula das Publikum auf eine exotische Reise mitnimmt. Für mich hat es erstmal eine große Besonderheit, weil ich knapp jetzt über ein Jahr erst bei Traumtänzer bin und hier mit meinen Schülerinnen die erste Show auch mitmache. Doch die Vielfalt hört nicht auf. Die Tanzlöcher erwacht zum Leben, wenn die Linedance-Enthusiasten die Sonne aufgehen lassen und die Menschen sich im Takt der Musik bewegen. Selbst die jüngsten Mitglieder der Tanzschule erobern die Bühne mit ihrem fröhlichen Kindertanz und zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Da wird ganz viel Herzblut reingesteckt von der Tanzschule. Es wird vorbereitet, es wird organisiert, die Kinder sind aufgeregt. Es macht einfach unheimlich viel Spaß zuzuschauen, wie die Entwicklungen sind und wie die Tanzlehrer sich auch so viel Mühe geben, das Beste aus den Kids auszuholen. Wenn auch sie ihre Leidenschaft für das Tanzen entdeckt haben, dann sollten sie unbedingt der Tanzschule Traumtänzer einen Besuch abstatten. Die erfahrenen und leidenschaftlichen Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer stehen ihnen stets zur Seite, um sie auf ihrer tänzerischen Reise zu begleiten und ihr Können auf das nächste Level zu heben. Denn die Tanzschule Traumtänzer ist weit mehr als nur eine Schule. Sie ist ein Ort, an dem Träume wahr werden.